Hallo, hier ist Ron Good. Wir sind eine multinationale Kooperation, die in der Kato- und Hospitalität-Industrie mit über 15 Jahren Erfahrung spezialisiert werden. Für alle, die Ihre Restaurants brauchen, in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt! Was sind die Marken der Esszimmermöbel? Eine der Restaurantmöbelmarken, Komaimöbel Marke, wurde 1987 geboren. Nach Jahren der Geschäftsentwicklung. Einfach, modisch und modern ist zum Synonym für Komaimöbel geworden. Die Komaimöbel Marke ist eine modische und moderne Einrichtungsmarke, die von der Beijing Kumai Furniture Group ins Leben gerufen wurde. Sie hält sich an das Markenkonzept des europäischen Originaldesigns der modernen Kumai Möbel und verbindet die vielfältige Kultur der Welt mit der traditionellen chinesischen Kultur. Gegenwärtig ist Kumai zu einer modernen Möbelmarke mit Sinn für Design in China geworden. Restaurantmöbel Marke Nummer 2 Red Apple Furniture dürfte vielen Menschen bekannt sein. Das Unternehmen wurde im Jahr 1981, der Hauptsitz befindet sich in Hongkong, China. Seit 1993, spezialisiert auf High-End-Panel-Möbel, Sofa und Bett, Matratze, Forschung und Entwicklung. Produktion und Management Ist jetzt einer der Maßstab der Möbelproduktion Unternehmen in China. Restaurantmöbel Marke Nummer 3 Das Großherzogtum begann diese Guangdong Möbel Marke wurde 1986 gegründet. Ist eine sehr berühmte und professionelle klassische Möbel im In- und Ausland. Setzen Hotelmöbel Fertigung Hoteltechnik Exportverkauf in einem der diversifizierten Guangdong Möbel Marke Im Jahr 2007 wurde es als eines der 10 wettbewerbsfähigsten Unternehmen in der Guangdong Möbel Markenindustrie ausgezeichnet. Und seine Schlafzimmer und Studienserien sind bei den Verbrauchern sehr begehrt. Was sind einige Tipps für passende Esszimmermöbel? 1. Wie können wir Esszimmermöbel auswählen? Im Allgemeinen sind die Dekoration des Esszimmers im chinesischen Stil. Die Anordnung und Auswahl der Möbel relativ einfach. Die Möbel bestehen hauptsächlich aus estischen Esszimmerstühlen und Esszimmerschränken. Unterschiedliche Materialien der Esszimmermöbel haben auch einen unterschiedlichen Einfluss auf den Stil der Wohnung und die Wirkung auf den Essenden. Esszimmermöbel aus Holz wirken zum Beispiel natürlicher und rustikaler. Während Metallmöbel eleganter und stilvoller sind. Zweitens ist dies auch ein guter Weg. Die Esszimmereinrichtung sollte sowohl schön als auch praktisch sein und nicht für bare Münze genommen und wahllos aufgestappelt werden. Die verschiedenen Arten von Dekorationsartikeln variieren je nach Essumgebung. Setzen Sie in der Küche des Esszimmers Dekoration. Sollte die Aufmerksamkeit auf die Küche Einrichtungen in Harmonie zu zahlen? Im Wohnzimmer des Esszimmers Dekoration. Sollte die Aufmerksamkeit auf die Funktion des Wohnzimmers und den Ton der Einheit zu zahlen? Wenn das Esszimmer für unabhängige Artikel, kann es in Übereinstimmung mit dem Gesamtmuster des Raumes zu entspannen und romantische einige. Relativ gesprochen. Wenn die Dekoration unabhängige Art Esszimmer. Seine Freiheit ist größer. Außerdem können auf diese Weise auch Personen ausgewählt werden. Heutzutage hat fast jedes Haus erstens zwei Balkone. Verschiedene Häuser. Obwohl die Breite und Größe des Balkons ist anders. Aber etwas ist besser als nichts. Wenn Sie die Dekoration der Wohnung betrachten. Vergessen Sie nicht, den Balkon zu verschönern. Belüftung, Durchlüftung, Licht, Kühle, Sonnenbaden sind einige der natürlichen Funktionen eines Balkons. Aber zusätzlich zu diesen Topfpflanzen und Blumen, um das Leben schöner zu dekorieren, ist auch eine wichtige potenzielle Funktion des Balkons kann nicht ignoriert werden. Wie man sagt, sind die drei Mahlzeiten des Tages sehr wichtig im Leben der Menschen. Bei den drei Mahlzeiten des Tages verbringen wir alle eine gute Zeit am Tisch. Und das ist die Zeit, in der eine schöne und warme Essensumgebung zum Essen beitragen kann. Wenn Sie also daran denken, Esszimmermöbel zu kaufen, sollten Sie die oben genannten Marken in Betracht ziehen. Wenn Sie interessiert in unsere Videos, remember to follow uns. Ron Good, mehr als 4,500 Restaurants' Choice. Wir werden Sie immer wiederholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.